Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood zu Part 43, vorher war das 42 und jetzt machen wir im 43. Part weiter. Los geht's. Dann sind wir still. So, angekommen. Und wer sagt mir, dass ihr die anderen seid? Wie in der Franz? Keine Ahnung. Ihr könnt Französisch. Es gibt ein paar Französischen in der Firenze. Danke. Ich habe alle meine Assistenz wieder, das ist gut. Ich weiß nicht, was das ist. Das war aber eine Beleidigung. Ich weiß nicht, was das ist. Das war aber eine Beleidigung. Ein Väter jener. Du musst dahinten schneller. Ich bin hier vorne dran jetzt. General Dalviano. Anscheinend habt ihr ein Einsehen. Lass den Unfug. Gib mein Weib frei. Welch Anmassung von einem Mann ohne einen Titel im Namen. Mein Name ist sein Geld wert. Deiner dagegen ist nur gefälscht. Comment ose vous? Glaubst du, ein Heer zu führen macht dich schon zum Edelmann? Edel ist es, an der Seite des Heeres zu kämpfen. Nicht eine Frau zu entführen, um der Schlacht zu entgehen. Lasst ihr Glocken wachsen und gebt mein Weib frei. Ihr Wilden lernt es nie. Auf eine Fälle. Au revoir. Oh Mann, das schafft man locker, natürlich. Okay, das heißt, ich muss jetzt mal hier. Warte. Nein, bleib unten. Ich gehe hinten hoch. Das geht schneller. Zack. So. Hm. Hm. Was ist dieses Trick, äh, hinten ist dieses Trick, gut gemacht, jetzt ja. Und jetzt, so. Na? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich jetzt echt vorsichtig sein. Weil ich darf jetzt nicht entdeckt werden, das ist erschießen, ist das ja nämlich. So ein Penner, ey, wirklich. Boah, jetzt muss ich gucken, wie ich da rumkomme. Da drüben ist jemand, da drüben, oh Gott. Jetzt muss ich vorsichtig sein hier. Oh Mann, ich muss echt vorsichtig sein jetzt. Was ist los, komm jetzt hier, was ist los? Dreh dich um, Alter, wo ist der? Dreh dich um, Alter. Dreh dich um, Alter. Du machst hier gar nichts Dein totes Nahfrontchen Richtig Das war für meinen Onkel, du Schwein Bastard Das war für meinen Onkel, du Schwein Alles ist noch tot, genauso wie Jezero, glaub mir das Pentesilea Verlass mich nie wieder Ohne dich war ich verloren Wirklich? Aber du hast mich doch gerettet Ezio hatte einen brillanten Einfall Hatte ich nicht, es war die Idee Du bist mein Prinz Den Titel muss ich mir verdienen Genau Auch das hat mir jetzt gut hingehauen Jetzt nehme ich mir noch die Schatzkisten mit Bevor man das hier nicht alles auflöst Jetzt muss ich gucken, wo die Schatzkisten sind Ja da hinten Komm schon, jetzt noch nimm die Schatzkiste, schnell Perfekt haben wir eine Wo ist die andere? Da hinten Die nehmen wir auch noch schnell mit Bevor ihr die Sequenz beendet Nimm ich die Schatzkiste schnell mit Jawohl Das waren alles, das waren nur zwei Trophäe erhalten Vergesst Paris Der Schlüssel zu Burg Sequenz 7 Perfekt Warte, warte, warte So Warte, 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 warte So Warte, wir mal die schnell hier So neue waffe das ist auch neue waffe und das ist auch eine neue waffe es gibt erstmal rüstung also dann erstmal auftrag probieren wir mal jetzt ob das klappt immer noch zu schwach ist denn du sitzt können sie das jetzt wenigstens schaffen ja das schaffen sie jetzt wenigstens und die fünf so und euch schick jetzt dorthin sah also jetzt sind hier die nächsten wieder frei das heißt ich kann auch schlechter noch zu dem rum und das versteckt das finde ich ja genial okay dann nehme ich jetzt mir mal schnell ein ja gut dann nehme ich mir jetzt das da als neue waffe dass man jetzt hier mal eine neue waffe dafür haben wir jetzt bei der kleinen waffe nein nein ja gut dann nehmen wir den Dolch noch dazu dass es wenigstens irgendwas ist ich habe jetzt eine neue waffe gekauft das reicht jetzt und wir spielen jetzt mit einer weile mit und ja werde mal alle aufkaufen wenn wir dann weiter auch mal die waffen wechseln die waffe was ich jetzt habe werde ich jetzt erstmal eine weile behalten und fertig ich habe noch mal gleich zwei neue so und empfiehlt uns bitte weiter das reicht jetzt erstmal auch ein solch neue waffe und gute und auch zwei gute neue waffen das ist jetzt nicht das ist ein bisschen stärker das reicht jetzt und dann machen wir uns jetzt auf den weg und werden jetzt ja das ist normal gucken hier mir was brauche ich etwas beim bedarf habe ich von habe ich voll heilen muss ich um schauen nicht mhm ja es ist so in die warte meinen nicht mehrmals zu tun der kräftige 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 du hältst daran du hast hier nichts zu melden glaub mir das ich glaub bei dem piepst wohl dass der mir hier vorschrift machen will ey so das ist nicht heiß ich will keine neuen waffen also kaufen ich bin ein mann als im nervschnitt pass auf was du sagst hier ok ich brügel dir auch was aus dem gesicht schwein so und bis gleich zum nächsten part das war's tsch